Baue eine große Version des niedlichen Igels, der in den Leger Friends Sets enthalten ist. Verziere ihn mit einer großen rosa-blauen Schleife, oder lass sie einfach weg. Wenn du dann das Oberteil des Igels abhebst, kommt darunter ein praktisches Fach zum Vorschein. Sieht genauso aus wie die winzigen Igel in den Leger Friends Sets. Wenn du das Oberteil abhebst, kommt darunter ein praktisches Fach zum Vorschein. Dieses Set enthält mehr als 240 Teile. Das Modell ist 7 cm hoch, 11 cm breit und 9 cm tief.